Musik Warum ist Weihnachten so schön? Warum ist Weihnachten so schön? Ist es wegen dem Winter Eis und Schnee? Weil Kerzen am Christbaum brennen? Weil wir uns am Heiligen Abend was schenken? Sind es Weihnachtslieder um und um? Oder macht es die warme Stuben? Ist es wegen einer heimlichen, großen Freude, die jeder gespürt in der Zeit? Ob es denn auch wirklich stimmt, dass man sie jetzt ein wenig nachherkommt? Was ist das Schöne an der Zeit? Das ist doch nicht die Traubigkeit. Nicht das Putzen und das Schengen. Nicht das Kaufen und das Rennen. Auch nicht der Besuch am Weihnachtstag, der sich eh schon längst angesagt hat. Oder vielleicht die Weihnachtspost. Naja, für manchen der einzige Trost. Auch nicht der Karpfen oder die Gans oder überall der Lichterglanz. Und nicht die Käxeln und die Torten. Was ist es dann, auf das wir warten? Weihnacht? Die Nacht von Gott geweiht? Jesus Christ ist geboren. Er ist unser Retter geworden. In der ganzen Welt für arm und reich. Vor Gott, da sind wir alle gleich. Drum bedeutet uns Weihnachten so viel. Und werden froh, dankbar und ganz still. Bis zum nächsten Mal. Ums Weihnachten! Untertitelung des ZDF, 2020